Hey Leute, hier ist Sebastian und dieses Mal möchte ich mit euch über Schwingungen mit FIFOX reden. Ich werde dieses Thema in zwei Videos aufteilen. In dem ersten Video, in diesem Video hier, geht es um Federpendel und da nicht jeder eine geeignete Feder zu Hause hat, geht es hier natürlich dann eher um Demonstrationsversuche. Das heißt, Lehrer können sich hier ein bisschen Inspiration holen, wie man eine Datenerfassung zu existierenden Experimenten hinzufügen kann, einfach nur mit dem Smartphone und FIFOX. Nächste Woche werde ich dann Fadenpendel vorstellen, die halt wirklich jeder nachbauen kann, einfach mit einem Stück Faden und eben dem Smartphone und dann werde ich auch zeigen, wie unsere Studierenden hier an der RWTH Aachen damit experimentiert haben. Wie gesagt, erstes Video, hier geht es jetzt um Federpendel und wir beginnen damit, über erstmal das grundlegende Setup zu reden. Natürlich braucht ihr ein Smartphone mit FIFOX, welches kostenlos ist für Android und iOS. Besucht einfach fifox.org und folgt dem jeweiligen Link. Ihr könnt diese Experimente nur mit eurem Smartphone durchführen. Es ist jedoch wesentlich bequemer, wenn ihr es fernsteuert, mit einem Notebook, Tablet oder einem weiteren Smartphone. Für die meisten Experimente in diesem Video solltet ihr entweder das Experiment Federpendel oder das Experiment für die Rohdaten des Beschleunigungssensors benutzen. Um den Fernzugriff einzurichten, wählt diese Funktion einfach aus dem Menü oben rechts und bestätigt die Warnung. Am unteren Ende des Bildschirms erscheint nun eine Adresse. Diese könnt ihr in die Adresszeile eures Webbrowsers auf dem zweiten Gerät eingeben. Wenn ihr Probleme mit diesem Schritt habt, besucht fifox.org, um eine ausführlichere Anleitung zu finden. Das erste Pendel wird sehr simpel. Einfach eine Feder und dein Smartphone. Neben einer ausreichend starken Feder braucht ihr irgendeine Halterung für euer Smartphone. Hier benutzen wir eine einfache Drahtkonstruktion. Alternativ könnt ihr eine Papierrolle nehmen, die Seiten ausschneiden, sodass euer Handy hineinpasst und es mit einem Gummiband fixieren. Dreht zwei Schrauben oder ähnliches in die Enden, um die Feder zu befestigen. Für dieses einfache Pendel reicht allerdings auch einfach ein Gefrierbeutel. Das war's auch schon. Starte einfach das Experiment in FIFOX und stoß dein Pendel an und schon kannst du sehen, wie die Bewegung mit dem Beschleunigungssensor aufgezeichnet wird. In dem Experiment Federpendel ermittelt FIFOX direkt die Frequenz und Periodendauer der Schwingung. Ihr könnt euch aber auch jederzeit die Rohdaten ansehen. Wenn ihr die Bewegung des Pendels über einen längeren Zeitraum beobachten wollt, könnt ihr auch einfach das Experiment für die Rohdaten des Beschleunigungssensors verwenden. Die Daten über einen längeren Zeitraum anzuzeigen, ist besonders interessant, wenn man den Abfall einer Schwingung zeigen möchte. Also bauen wir jetzt ein gedämpftes Pendel. Die Dämpfung erreichen wir, indem wir einen Teil des Pendels unter Wasser tauchen. Natürlich sollte das Smartphone trocken bleiben. Wenn ihr nun das Experiment für die Rohdaten des Beschleunigungssensors startet, könnt ihr deutlich sehen, wie die Bewegung mit der Zeit abnimmt. Lasst uns zum Schluss noch etwas Komplizierteres ausprobieren, nämlich die erzwungene harmonische Schwingung. Auch hier haben wir wieder eine Feder, aber sie ist mit einem Motor verbunden, der sie periodisch auf und ab bewegt. Indem wir die Geschwindigkeit des Motors verändern, können wir die Frequenz ändern, mit der der Oszillator angetrieben wird. Wir werden dies nutzen, um das Resonanzverhalten einer erzwungenen Schwingung zu zeigen. Seid aber vorsichtig. In der Resonanz werdet ihr recht starke Amplituden erreichen. Also schaut, dass euer Handy sicher befestigt ist. Wie ihr seht, verwenden wir selbst nicht die einfache Halterung, sondern sichern alles mit Tape. In dem Experiment Federpendel gibt es eine Seite namens Resonanz. Auf dieser Seite stellt FIFOX die ermittelte Frequenz und Amplitude dar. Wir müssen also nur langsam die Geschwindigkeit des Motors verändern, um gezielt die Frequenzen in der Umgebung der Resonanz zu vermessen. Damit solltet ihr jetzt ein paar Ideen haben, wie ihr FIFOX verwenden könnt, um Schwingung zu demonstrieren. Angefangen beim einfachen Federpendel, über ein gedämpftes Pendel, bis hin zum getriebenen Pendel. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen, in einer Woche oder zwei, wenn ich vorführe, wie man auch zu Hause ein einfaches Fadenpendel bauen kann und wie das für unsere Studierenden geklappt hat in unserer Vorlesung. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.